Wandernadel am Karlswerg. Keine alten Eisenhütte, die schon seit 1500 Jahren nicht für ein Betrieb ist. Also, es ist hier wieder ein leuchtendes Beispiel der verrotteten DDR-Architektur. Alles dicht, alles pleite, auch das Karlswerg. Aber dafür ist es immer noch ein Ausflugsziel. Das ist aber normal. Ich wusste gar nicht, dass wir Minusgraden haben. Gefroren ist es auch noch. Kein Wunder, im Osten friert es auch bei unter Minusgraden.